Hi Leute und herzlich willkommen zu unserem ersten Let's Chill. In dieser Reihe ist alles ein bisschen anders als in anderen Let's Plays. Ich werde mich bemühen stiller zu reden, keine lauten Geräusche zu machen. Und wir vermeiden Spiele, die besonders viel Action haben oder besonders laut sind oder besonders aufregend sind. Sondern es spielen besonders chillige, angenehme Spiele. Denn das ist der Sinn dieses Let's Plays. Wir sollen dabei chillen. Guckt das am besten zum Einschlafen oder wirklich einfach zum Entspannen. Wenn ihr gerade keinen Bock auf Action habt, auf nichts Lautes, dann seid ihr hier. Genau richtig, würde ich sagen. Let's Chills. Ein neues Konzept, das wir uns jetzt mal anschauen werden. Mal schauen, wie das funktioniert. Mal schauen, ob das cool wird für mich und für euch. Und vielleicht entsteht ja mit den Let's Chills, mit der Zeit, die perfekte Einschlaf-Playlist. Das wäre das Ziel. So, wir werden in diesem Let's Chills sehr viele verschiedene Spiele spielen. Jetzt gerade spiele ich Animal Crossing. Weil das, glaube ich, ein echt chilliges Spiel ist, kann man schon behaupten. Ähm, das sich, glaube ich, wirklich gut eignet dafür. Aber wir werden ziemlich viele entspannte, ruhige, chillige Spiele spielen. Möglichst ohne Narrative, ohne Story. Denn es soll nichts sein, was man irgendwie dauerhaft verfolgen muss. Es soll eine angenehme Soundkulisse sein. Und schön zum Zusehen. Aber sehr viel mehr auch schon nicht. Aber ich habe schon sehr viele Spiele im Hinterkopf, die da in Frage kommen würden. Animal Crossing ist hier nur eins von vielen, mit dem wir jetzt mal starten. Es ist ein ziemlich regnerischer Tag. Oder ein regnerischer Abend. Ich nehme das Video um 20.53 Uhr auf. 1. Juni, wie man sehen kann hier. Ähm, und es regnet. Es ist nass. Ein bisschen stürmisch auch, oder? Na, nicht wirklich. Wind geht nicht. Naja, wie dem auch sei. Ich habe einen neuen Fisch im Inventar. Den habe ich vor ein paar Tagen gefangen. Ich habe den noch gar nicht ins Museum gebracht. Guten Abend, Zepoloni. Willkommen im Museum von Squidopia. Wie darf ich Ihnen dienen? Ich will etwas stiften. Fabelhaft. Was gedachten Sie uns denn zur Verfügung zu stellen? Einen Stachel. Eine Stachelmakrile. Ziemlich großer Fisch war das. Den schauen wir uns dann gleich im Museum an. Uh, Nanu. Ganz klar. Das ist eine Stachelmakrile. Ich könnte Ihnen auch viel Spannendes erzählen zu dieser Stachelmakrile. Sehr gerne. Amos. So was lässt man sich nicht zweimal sagen. Die Stachelmakrile kann beinahe zwei Meter lang und 90 Kilo schwer werden. Dies machte Sie schon vor ewigen Zeiten zu einem Favoriten unter den Fischen. Es handelt sich um kluge Jäger, die gerne warten, bis ihre Beute durch andere Fressfeinde abgelenkt ist. Es werden sogar Fälle berichtet, in denen Sie Vögel angegriffen haben sollen. Und das war's im Groben. Denken Sie mal drüber nach. Dann will ich Ihre großzügige Spende sogleich ausstellen. Ich danke Ihnen von Herzen. Der Eugen. Der ist ein Guter. Kann ich Ihnen noch mit irgendetwas anderem behilflich sein? Passt schon. Sehr gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen wundervollen Aufenthalt. Oh, wartet mal, Leute. Ich habe etwas vergessen. Äh, ich hätte Fossilien, die wir noch analysieren könnten. Da sammle ich zwar heute wahrscheinlich noch mehr, aber geben wir ihm die mal, die wir haben. Uh. Was darf ich für Sie prüfen? Juhu, die Vorfreude. Ich habe hier immerhin fünf Stück, fünf unbekannte Fossilien, die unser Experte für uns mal analysieren wird. Uh. Nicht nur einen Pfund, sondern gleich mehrere. Dann mal rasch ans Werk. Ihre Funde sind von überwältigender Güte. Kein Zweifel. Wir haben selbst bereit solche Stücke im Museum. Wenn ich finanziell disponierter... Was? Disponibler wäre. Ach so. Würde ich Ihren Fund ja liebend gerne für meine Hobbysammlung kaufen. Doch auch wenn es sich für eine Eule schwerlich ziemt, mir fehlen die Mäuse. Hier, nehmen Sie sie zurück. Kann ich Ihnen noch irgendwie behilflich sein? Passt schon. Sehr gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen wundervollen Aufenthalt. Genau. Hey. Wir haben irgendein Nugmine Plus Achievement. Ach so. Das tägliche Achievement, dass wir zwei Fossilien analysieren sollen. Sehr schön. Na dann schauen wir mal in das Aquarium hier im Museum. Denn ich würde gern mal den Fisch, den wir jetzt gespendet haben, im Aquarium sehen. Ich wollte schon sagen in freier Wildbahn, aber das ist so ziemlich genau das Gegenteil von der freien Wildbahn, was wir hier haben. Die absolut unfreie Wildbahn. Der ist wahrscheinlich bei den Tiefseefischen, nehme ich an. Oder ist er hier dabei? Nee, doch, da ist er. Der Thunfisch. Der Merlin heißt er oder so ähnlich. Die Satellen haben wir hier. Der Marlin. Genau. Der Thunfisch. Und hier ist sie, die Stachelmakrile. Was ist denn da noch für ein kleiner Fisch mit dabei? Der wird gar nicht aufgelistet. Vielleicht ist da drüben noch eine Plakette. Die Makrile. Die normale Makrile. Ist das klug, dass man so Raubfische da zusammensperrt? Nicht, dass die sich gegenseitig essen. Hier haben wir die Tiefseefische. Da habe ich bis jetzt nur den Riemenfisch und den Anglerfisch. Anglerfisch. Ich frage mich, ob der Riemenfisch wirklich so aufrecht im Wasser steht. In Wirklichkeit. Freier Wildbahn, wie er das hier im Spiel macht. Könnt schon sein. Ich weiß es nicht. Manche Fische machen seltsame Sachen. Überhaupt. Viele Kreaturen, viele Lebewesen machen tatsächlich sehr seltsame Sachen. Ich glaube, es gibt wenig, was es nicht gibt in der Natur. So wie die... Ich glaube, heißen die Regenbogenschrimps. Die irgendwie... Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, die haben irgendwie 14 Farbzapfen. Also die können extrem viele und sehr separierte Farben sehen. Ein viel breiteres Farbspektrum als der Mensch mit seinen Vierseezapfen. Die können ihre Scheren so schnell schließen, dass sie quasi so ein Unterwasserluft... Also Luftdruck ist Blödsinn, so eine Unterwasserwelle, so ein Unterwasserdruckstoß, Druckwelle erzeugen, dass sie auf verhältnismäßig für ihre Größe, große Entfernungen andere Lebewesen töten können damit. Die sind crazy. So. Was machen wir denn heute? Ich habe heute... Moment mal. Angelt das Eichhörnchen hier gerade im Gulli? Es sieht so aus. Ich glaube, sie angelt im Teich daneben. Man könnte meinen, dass sie im Gulli angelt. Jetzt gehen wir mal als erstes noch, solange die Läden noch geöffnet sind, einkaufen. Oh nein, ich bin ja doof. Jetzt hat gerade der Kleiderladen zugemacht. Tja, zu spät. Aber beim alten Nook, beziehungsweise bei seinen Neffen, können wir noch einkaufen. Hallo, hallo. Willkommen in Nooks Laden. Äh, haben die ein neues Angebot hier? Das ist neu, dass hier auch was steht. Aber die Tischtennisplatte finde ich schon ziemlich gut. Ein Tischtennisset, genau. Begrenzte Stückzahl. Blablabla. 44.000 Sternis. Das ist nicht übel, aber das nehmen wir trotzdem. Das ist schon ordentlich. Und was ist mit dem Surfbrett hier? Ich nehme das, aber mir wird überhaupt nicht erklärt, warum das hier steht. Ist das jetzt neu? Gibt es jetzt hier immer mehr Sachen zu kaufen? Oder, naja, wie dem auch sei. Tschüssi. Das brauchen wir nämlich, um außen ein bisschen zu dekorieren. Ich habe nämlich noch große Pläne für die Insel. Momentan habe ich ja wirklich hauptsächlich hier die Kerninsel so ein bisschen dekoriert. Also ein bisschen viel sogar. Aber auf der rechten Seite der Insel gibt es noch wahnsinnig viel zu entdecken. Bei mir ist heute, als ich aufnehme, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, der erste sechste. Ein neuer Monat ist losgegangen. Und ich denke, dass viele neue Fische und Insekten ihren Weg ins Spiel gefunden haben. Also wir können ein bisschen angeln zum Beispiel. Ich würde gerne mal noch so eine Runde drehen und einfach mal noch die Fossilien ausgraben und, ähm, Geldbaum schütteln und einen neuen Geldbaum vergraben und so weiter. Dann haben wir mal den Briefkasten. Wir haben Post. Oh, wir haben einiges an Post. Ich war schon länger nicht mehr hier. Die Akademie des schönen Wohnens hat uns wieder geschrieben. Hat uns bewertet. 92.888 Punkte. Rang S. Cool. Nach sorgfältiger Erwägung ist die Akademie des schönen Hauses zu dem Entschluss gekommen, dir für deinen InDesign Bonuspunkte zu verleihen. Na dann. Bonuspunkte. Okay. Nuke Direct Bank. 428 Sternis Zinsen. Das ist echt lächerlich. Ich habe, glaube ich, fast eine Million auf dem Konto. Nein, das stimmt nicht. Ich habe mein Haus damit abbezahlt. Da ist nicht mehr so viel übrig, aber trotzdem lächerlich. Der Lutz schreibt mir. Hey, Seppoloni. Äh, ich muss jetzt mal eine Karte schreiben, damit du weißt, wie sehr ich dich schätze. Was du alles für mich tust, Seppoloni. Wir werden sicher noch viel Spaß miteinander haben. Man sieht sich. Lutz. Ein Brief von meiner Mama. Mein lieber Seppoloni, wenn die Glühwürmchen durch die Nacht schwirren, kann ich nach der Hausarbeit endlich abschalten. Aber wenn die Mücken kommen, ist es mit der Ruhe auch schnell wieder vorbei. Ja. Deine sich juckende Mama. Die Mücken im Sommer. Das ist, das ist schlimm. Und das Nook Shopping. Sehr geehrter Seppoloni, vielen Dank für das Vertrauen, dass die Nook Shopping, dass Sie Nook Shopping entgegen bringen. Äh, wir möchten Sie heute auf ein wunderbares, saisonales Angebot hinweisen. Ah, deswegen stand da das Surfbrett unten im Eck. Nur jetzt. Also lassen Sie es sich nicht entgehen. Habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Oh, da sitzt ein neuer Käfer an dem Baum. Yes. Nehmen gleich mal meinen Profi Kescher und wir schleichen uns mal an. Ja, geschafft. Oho. Ein Japan-Rosenkäfer. Dabei hängt er an der Palme und gar nicht an der Rose. Müsste das nicht der Palmenkäfer sein? Und wo sind die Rosen? Ja, ganz genau. Vielleicht ein Übersetzungsfehler. Wer weiß. Quatsch. Ah ja, haben wir schon unseren ersten neuen Käfer gefangen. Hier entsteht mal ein Vergnügungspark. Aber hier ist noch sehr viel Work in Progress. Abgesehen von dem hier habe ich hier quasi noch gar nichts. Na gut, wo ist denn meine Schaufel? 1000 Sternis ausgegraben. So, und jetzt pflanzen wir uns einen Geldbaum. Wenn man 10.000 Sternis pflanzt, hat man auf lange Sicht immer den größten Profit. Deswegen mache ich das jetzt täglich. Da kriegt man zwar auch immer nur 30.000 Sternis, die man jeden Tag ernten kann. Aber wie gesagt, auf lange Sicht das Sinnvollste. Ich glaube, ich fälle dem Baum hier mal. Der ist mir zu sehr im Weg. Zu viele Bäume. Auch nix. So, weg damit. Das Holz packe ich ein. Auch wenn man es nicht sehen kann. Und das dürfte ein Fossil sein. Ich hoffe ja, dass diese Geroiden bald noch ins Spiel eingeführt werden. Die vermisse ich ein bisschen. Das war schon immer lustig. Diese Geroiden sind im Grunde so kleine, bizarre Figürchen. Die sehen wirklich ganz, ganz komisch, ganz lustig aus. Ein bisschen wie so Final Fantasy Kakti. Nur eben ohne Beine. Und die gab es in ganz vielen, also in den früheren Animal Crossings, in ganz vielen verschiedenen Formen und Farben. Und die bewegen sich immer in einem gewissen Takt. Eine Häkelschürze von Mama. Mit einem großen M vorne drauf. Sehr cool. Die bewegen sich immer in einem gewissen Takt, in einem gewissen Rhythmus und machen dabei Geräusche. Und wenn man verschiedene Geroiden kombiniert und aufstellt, dann ergibt sich da immer ein Beat oder manchmal sogar eine richtige Melodie. Und das war immer ziemlich schön, damit rumzuexperimentieren. Leider fehlt von denen bis jetzt zumindest in dem neuen Animal Crossing noch jede Spur. Vielleicht kommt das hier noch mit einem zukünftigen Update. Wäre schon schön, finde ich. Würde mir gefallen. Ah, meine Tasche ist voll. Ich muss echt mal irgendwas gegen meine vollen Taschen tun. Aber was denn? Ich müsste Sachen in mein Haus bringen. Aber ich glaube, fürs Erste werde ich einfach mal hier zwei Stöcke ablegen, damit ich das eine Fossil noch mitnehmen kann. Oh, da ist noch ein Käfer an dem Baum. Der sieht groß aus und auch neu. Schleichen wir uns wieder an. Nicht zu nah und nicht zu weit weg. Das ist das Geheimnis beim Käfer fangen. Oh mein Gott, der ist riesig. Guckt euch diese Mundwerkzeuge an. Oho, ein Prachthirschkäfer. Mit dem Aussehen könntest du auch ein Platzhirschkäfer sein. Ah. Ich muss kurz irgendwas aus meiner Tasche werfen dafür. Nehmen wir mal die drei. Hier liegt ganz viel Gerümpel. Ich muss meine Insel aufräumen. Ich bin immer zu faul zum Aufräumen. Und dann liegt immer alles rum. Wie in Wirklichkeit im Grunde. Aber jetzt ist Schluss hier mit lustig. Heute wird aufgeräumt. Oder, oder die, also jetzt. Die nächste, die nächste Zeit wird aufgeräumt. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, glaube ich. Ich will noch verkaufen. Und die Bezinuhr macht der Laden zu. Ich gehe jetzt mal mit den Fossilien, die ich noch gefunden habe. Na, gehen wir noch kurz in unseren Wald. Ich denke, dass schon wieder die Fruchtbäume Früchte tragen. Ja, ganz genau. Die müsste ich auch alle schütteln. Aber naja. Jetzt gehen wir mal erstmal dann mit unseren Fossilien, die wir gefunden haben, ins Museum. Und lassen die nochmal analysieren. Oh. Oh, das Unkraut sieht ganz anders aus. Das ist ja richtig schön. Ist jetzt ein Animal Crossing Sommeranfang? Und deswegen sieht das ein bisschen anders aus, vielleicht. Bin mir nicht sicher. Aber das sieht ja richtig toll aus. Das ist mal ein schönes Unkraut. Das kann man richtig schön auch dekorativ nutzen. Dann hat der tiefe Wald, den ich gemacht habe, hier unten wahrscheinlich auch gleich einen ganz anderen Flair. Naja. Doch, ein bisschen. Naja. Doch. Schauen wir mal, dass wir den Käfer noch fangen. Das ist zwar derselbe wieder. Der Japan-Rosenkäfer. Wir können mal gucken, wie viel der Wert ist. Ha. Faszinierend. Es sieht auf einmal das Unkraut anders aus. Verrückt. Naja, wir haben jetzt noch viel zu tun. Jetzt erstmal auf ins Museum. Es fehlen im Museum, also es fehlen noch etliche Käfer und Fische und vor allem Kunstwerke habe ich kaum. Aber bei den Fossilien fehlen tatsächlich nur noch, ähm, eine Handvoll. Drei oder so. Ach, Quatsch. Naja, ist ja egal. Okay, dann stiften wir erstmal die beiden Käfer, die wir neu gefunden haben. Oh, gleich mehrere Stücke. Dann wollen wir doch mal sehen, welch Freude. Eine solche Spende nehme ich mit Vergnügen entgegen. Aber bitte, Sie brauchen mir die Stücke nicht einzeln zu geben. Ich nehme sie Ihnen ohne Mühe ab. Gut, dann analysieren wir mal schnell die Fossilien noch. Die beiden, äh, die vier sind sie ja mittlerweile nicht schlecht. Ach. Na gut, die haben die wohl auch schon her. Dann können wir alle verkaufen. Aber gehen wir doch mal schnell noch in den Insektenflügel. Haha. Insektenflügel des Museums. Ähm. Wie nennt man denn sowas? Hat das einen Namen? Also ich meine jetzt, man, man bezeichnet einen, also wenn ich, also wie soll ich das sagen? Jeder weiß, kann sich was unter einem Aquarium vorstellen. Aber wie würde man eine Ausstellung, die Insekten, Insektarium. Warum? Ihr wisst mal, was ich meine. Ihr versteht mein Problem, nicht wahr? So. Ich weiß gar nicht, wo die neuen Käfer sind. Bin gespannt. Die hätten, glaube ich, schon da draußen sein müssen, denke ich. Würde mich wundern, wenn die nicht auch im Museum an Bäumen hängen, also in ihrem natürlichen Habitat. Vielleicht waren die gerade nur irgendwie, weiß es nicht, nicht daheim. Ich finde, die Ameisen sind wirklich sehr schön gemacht. Die Ameisen haben hier ihren Bau hinter dieser Scheibe. Man sieht auch da drin quasi die Königin und, und, weiß ich nicht, Drohnen oder das Eier. Es ist ein bisschen verschwommen. Aber eigentlich ist das ihr Ameisengehege, ihr Terrarium. Allerdings, und das finde ich wirklich ein sehr schönes Detail, kriechen die Ameisen hier raus aus dem Fenster. Die kriechen quasi aus ihrem Gehege raus und kriechen hier hoch. Und hier können wir hier einen Kaffee mit zwei Stück Zucker sehen. Da haben die Ameisen eine Ameisenstraße gebildet. Das ist wirklich ein total nettes Detail, oder? Fand ich sehr lustig, dass die Ameisen hier wirklich so eine Ameisenstraße aus ihrer, aus ihrem Terrarium raus zu dem Zucker machen. So sind Ameisen eben. Die lassen sich eben nicht so leicht einsperren. Ach, da sind die beiden neun. Die sind alle beide hier an dem Baum. Gemeinsam mit der Spinne, der Wespe, noch irgendeinem Schmetterling. Die Spinne. Daran merkt man bei Animal Crossing, dass es nur diese eine Spinne gibt. Weil oft haben die Tiere, die man fangen kann, sehr spezifische Namen. Aber wenn es nur die Spinne ist, einfach nur Spinne und nicht die schwarze Witwe oder so, dann gibt es nur diese Spinne. Ah, Moment, stimmt nicht ganz. Also es gibt tatsächlich eine Vogelspinne nochmal extra. Aber gut. Wo ist denn bitte das Schildchen für die anderen Bewohner hier am Baum? Wird gern mehr als nur die Spinne sehen. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Na gut. Ich habe das Gefühl, dass die oft vielleicht auch einfach nicht da sind. Hier, guck mal. Da, wenn ich hier draufgehe, sagt er auch Japan-Rosenkäfer und Japan-Schillerkäfer. Äh, Schillerfalter. Die sind aber gar nicht hier. Die sind da. Aber gut, in so einem freien Habitat hier. Natürlich bewegen die sich. Warum auch nicht. Na gut, dann müssen wir jetzt mal das ganze Zeug hier verkaufen. Also ein bisschen was davon will ich gar nicht verkaufen. Das kommt ins Haus. Das wird eingelagert. Auch das werden wir machen. Aber für heute machen wir Schluss mit unserer, mit unserem Prototyp. Mit unserer ersten Folge von Let's Chill. Ganz kaum aussprechen. Let's Chill. Ähm. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich bin gespannt, wie das Konzept ankommt bei euch. Und ob ihr es wirklich nutzen könnt zum Einschlafen. Damit noch was im Hintergrund läuft. Ohne laute Geräusche. Ohne Sachen, die einem wieder wachrütteln könnten. Äh, mal schauen, ob das funktioniert und wie es funktioniert. Und ob ihr das mögt. Äh, ich werde jetzt definitiv gleich noch eine zweite Folge für morgen aufnehmen. Damit wenigstens mal ein paar Folgen in der Playlist sind. Damit man auch wirklich was hat, das man zum Einschlafen anmachen kann. So, danke fürs Zusehen und gute Nacht.